Am Donnerstag erwartet uns in Deutschland wirklich ein toller Sommertag mit Badewetter. Und in Nordrhein-Westfalen beispielsweise sind ja auch schon Sommerferien, also da können wir das richtig genießen. Aber es gibt eben auch ein kleines Problem. Und ja, das kleine Problem, das sehen wir hier im Westen, da ziehen dann eben Gewitter auf, aber erst am Spätnachmittagabend über weite Strecken sieht es in den meisten Teilen Deutschlands sehr freundlich aus. Nur im Osten, da ist es genau anders. Da haben wir zunächst noch abziehende Schauer und noch ein paar dichtere Wolken, aber später setzt sich dann auch hier auf jeden Fall die Sonne durch. Das sieht man auch bei den Sonnenstunden. In einem sehr breiten Streifen über der Mitte Deutschlands haben wir acht bis 13 Sonnenstunden. Ganz im Westen ein Ticken weniger, da sind die Gewitter, die eben zum Abend ankommen. Und hier im Nordosten auch deutlich weniger, drei bis sieben Sonnenstunden hier. Das sind eben noch die alten Wolken, mit denen wir es hier zu tun haben. Aber wie gesagt, die lösen sich auf, sind aber am Vormittag noch recht kompakt vorhanden. Ansonsten zunächst mal ein sehr sonniger Start in diesen Donnerstag. Und das bleibt meistens auch am Nachmittag so, eben erst zum Spätnachmittagabend. Aber dann örtlich wirklich sehr, sehr heftige, unwetterartige Gewitter. In einem Bogen von der Eifel über das Saarland Baden-Württemberg bis runter zum Alpenrand wird es am heftigsten zur Sache gehen. Dazu auch hier gleichzeitig die höchsten Temperaturen entlang des Rheins, 30 bis 33 Grad. Aber auch sonst absolut sommerlich, ein bisschen gedämpft, wirklich nur im Umfeld von Nord- und Ostsee. Dann der Donnerstagabend, da kommen diese kräftigen Gewitter weiter Richtung Osten, Nordosten voran. Unwetterpotenzial ist auf jeden Fall da, hier ansonsten im Osten und auch im Norden. Da bleibt es auch am Abend noch trocken und die aufsummierten Regenmengen zeigen, da kommt schon doch punktuell einiges an Wasser runter. Dann der Freitag, da zieht dieses Regengebiet nach Osten, vorher kommt noch die Sonne durch, dahinter lockert es im Westen auch wieder auf. Die Temperaturen sind deutlich angenehmer, man kann mal wieder richtig durchlüften. Vorher im Osten, bevor der Regen ankommt, auch nochmal bis zu 29 Grad.